Hallo Leute, und willkommen zu einem neuen Blog von mir. Ja, ich möchte euch mal wieder, ich mache, dass ich bei mir die Tage abgeben und dann ist es nicht so schön. Habt ihr, glaube ich, vor einer Woche in meinem Video aufgenommen, wo ich gesagt habe, Jo, ich bin wieder da. Und nachdem, da wir rum waren, hab ich dann auch keinen Bock gehabt. Ich hatte zwei Tage keinen Bock mehr. Ich dachte, morgen bin ich auf. Ja, ich bin über die Nacht nicht so krank geworden, dass ich sehr geschwächt bin. Ich bin über die Kotzen. Ich bekam die Krebsung und meine Herzen, also ich war einfach nur kaputt hinweg gelegen. Das war so echt ganz schlimm. Ja, ich will damit jetzt sagen, dass ich wieder Videos mache und jetzt habe ich sie verbrochen. Also, wessen Grund auch immer. Ich möchte, dass sie da vielleicht vielleicht filmen. Und noch etwas Foto, die da als Display kommen. Also, meine Pro Zuschauer. Werdet euch sicher freuen, ob die ist eigentlich meint die Figur. Ja, ja. Ja, so. Ja, ich bin noch so noch. Ach ja, heute ist Sonntag, heute ist man nicht da. Wie ist es? Sonntag ist es, wie ich da dachte. Lass es überhaupt nicht machen. Und mir ist es nicht. Nein, nein, nein. Ich bin ja. 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 Ich bin ja nicht immer mehr wachsen. Bis zum nächsten bisschen. Tschau l forgive. Tenden sie es jemanden?